Verdammt noch mal. Er ist wieder da. Sie sind ein gemeiner Mensch, ein Langfinger! Keine Beleidigung. Gehen Sie zur Polizei und bestellen Sie sich, aber keine Beleidigung. Es würde mir ein Vergnügen sein, Ihren Namen anzuführen. Aus der Sammlung von Monsieur... Arsène Lippert. Ja, Andrew Lodchester ist bei eins meiner Pseudonyme. Sie sind Arsène? Ja, ich bin's. Dann lasse ich Ihnen das Bild für 200.000. Unterkünstlich. Arsène Lippert. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie sich selbst sind? Das ist dermaßen unglaublich. Noch unglaublicher als Sie glauben. Ich wechsle sehr oft mein Gesicht. Das ist er jedenfalls nicht, das Schwöcher, weil Lupin nämlich keinen Menschen umbringt und nie jemanden foltert. Stehlen ja, doch auch das nur mit Einschränkung. Er bestiehlt nur die Reichen, die Ungerechten, die üblen Ausbeuter. Nein, Lupin stiehlt nicht einmal. Er stellt nun das Gleichgewicht wieder her. Lupin hat saubere Hände.